Es hätte in einer Katastrophe enden können. Ein Schulbus ist am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 149 zwischen Kasel und Mertesdorf im Kreis Rühr-Saarburg in Brand geraten. Gegen 7.20 Uhr stoppte der Fahrer den Bus, die Kinder und Jugendlichen flüchteten nach draußen. Verletzt wurde so niemand. Kurze Zeit später brannte der komplette hintere Teil des Busses. Wie sich herausstellte, waren die beiden rechten hinteren Zwillingsreifen im Brand geraten. Zu dem Einsatz heute Morgen kann ich sagen, dass, als ich hier zur Einsatzstelle kam, der hintere Bereich des Gelenkpusses im Vollbrand stand. Beim Eintreffen der Feuerwehr Kasel wurde gleich ein Löschangriff eingeleitet mit einem Schaumrohr und einem wasserführenden Rohr, um das Feuer zu löschen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da es nach Schüleraussagen schon seit Wochen in dem Bus nach Benzin und Gummi gerochen hat. Außerdem gibt es Hinweise, dass der Busfahrer Warnungen eines Rollerfahrers ignoriert hat, der ihn auf das Feuer aufmerksam machen wollte.